Es war gerade so super, die wir gehört haben. Da geht es um, wenn ich das ganz kurz auf den Punkt bringen will, den ich am meisten gespürt habe, dann würde ich sagen, es geht um Menschlichkeit. Dass wir aus den Gefängnissen, in denen wir uns befinden, rausklettern wie ein Küken aus dem Ei, so gut es geht. Und ja, ich habe ein paar Mal jetzt gesprochen, aber irgendwie muss ich ehrlich sagen, singen tue ich noch lieber als sprechen. Und deswegen habe ich jetzt ein Lied geschrieben und versuche mich da einfach mal. Wir brauchen keine Frachen, brauchen keine Krieg, keine NATO, keine Panzer, nicht nur mal an den Sieg, wir brauchen Frieden, für das Süd, die ich in Frieden. Wir brauchen Frieden, für die Welt, und Frieden, für das kein Geld. Wir brauchen keine Banken und keinen Kredit, kein Geld, wir haben keine Schulden, wir sind Land, und Frieden, wir brauchen Frieden, Frieden, für die ich in Frieden, für das kein Geld. Wir brauchen Frieden, für die Welt, und Frieden, das ist kein Geld. Wir brauchen Frieden, für die Welt, und Frieden, und Frieden, für das kein Geld. Wir brauchen Frieden, Herr Fuhr, das ist kein Geld. Wir brauchen keine Schularbeitern, keine Prüfung, keinen Test, keine Bildungsstandards, keine Braverer, wir brauchen Frieden, wir brauchen Frieden für dich und für dich. Wir brauchen Frieden für die Welt und Frieden für kein Geld. Wir brauchen keine Politik und keine Eurovision, wir brauchen keine Zeitung, kein Fernsehen und kein Pentagon, wir brauchen Frieden für dich und für dich. Wir brauchen Frieden für die Welt und Frieden für die Welt. Wir brauchen keine Impfungen und keinen Gott in Weiß, keine implantierten Tipps und keinen haltenden Scheiß, wir brauchen Frieden, Frieden für dich und für mich. Wir brauchen Frieden für die Welt und Frieden für das Land. Wir brauchen keine Kettechnik und kein Fluorid, kein Geoengineering, kein Genozid, wir brauchen Frieden für dich und für dich. Wir brauchen Frieden für die Welt und Frieden für das Land. Frieden für kein Geld. Wir brauchen keine Kirchen, weder Papst noch Hierarchie, wir brauchen keine Mittler zu gut, kein Fall, denn auf die Knie, wir brauchen Frieden für die Welt und Frieden, Frieden für dich und für mich. Wir brauchen Frieden für die Welt und Frieden für das Land. Frieden für die Welt und Frieden für das Land. Wir brauchen Frieden für die Welt und Frieden für die Welt und Frieden für die Welt. Frieden für die Welt und Frieden für die Welt. Frieden für die Welt und Frieden für die Welt Vielen Dank.